So, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Uncharted 4 A Thief's End. Wir haben in der letzten Folge diesen Geheimgang hingefunden und stehen halt jetzt vor diesen drei Kreuzen. Das in der Mitte soll unter anderem Jesus sein. Und die Links sind rechts. Da habe ich gerade vergessen, wer das sein soll. Auf jeden Fall, lasst uns nicht zu lange darüber rumschnacken, sondern ich gehe mal direkt daran und untersuche es. Und mal schauen, was wir da so finden. Jesus, Dismas zur Linken. Wollmütiger Dieb. Gestas zur Rechten. Böser Dieb. Dismas, genau. Und der andere? Habe es gerade schon vergessen. Mann, bin ich gut. Gestas, okay. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Cool, ich hänge nur so rum. Viel Spaß, Leute. Dismas, guter Dieb. Jesus, Jesus. Gestas, böser Dieb. Das kann man sehr gut merken. Avery hatte eine Vorliebe für den heiligen Dismas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Haha, das ging damals wohl als gut durch. Gut genug. Was für ein gutnötiger Kerl. Hm. So, ich glaube, hier finden wir nichts mehr, oder? Ah, doch. Tatlampe. Hey, Smokey. Ich brauche mal dein Feuerzeug. Hey, du. Verletzt meine Gefühle. Nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Duffy. Das ist doch mal was. Das Licht kommt von der anderen Seite der Mauer. Dann wollen wir mal da durch, oder? Irgendwie. Hm. Kommen wir da hoch? Hier etwa? Nein. Sieh doch mal. Da ist etwas am Fuß der Statuen. Ah. Interessant. Wollen wir doch mal sehen. Ah, ich kann die Lichter ausrichten. Ah, okay. Das gefällt mir. Hey, na bitte. Oh. So. Ich finde die Punkte. Ja, mache ich schon. Ist ja nicht allzu schwer, wie man sieht. Wenn selbst ich das schaffe. Ah, das kann man auch noch drehen mit dem resten Snick. Okay. Ja, glaube ich auch. Wie gesagt, wenn selbst ich das schaffe, dann... Äh. Okay, okay. Und dann, glaube ich, jetzt noch das hier. Kein Problem. Sieht wie ein Sternbild aus. Ja. Die Waage. Die Waage der Justizia. Eine interessante Wahl für ein paar Piraten. Die Waage. Der Mond stand angeblich in der Waage, als die Stadt Rom gegründet wurde. Und die Sonne durchs lief das Sternzeichen Waage damals bei der Herbst-Tag-und-Nacht-Gleise. Also wurde sie mit Gleichgewicht und später mit Gerechtigkeit assoziiert. Aber warum wählte Avery dieses Symbol? Tja, das werden wir vielleicht noch erfahren. Okay, probieren wir es mal. Sesam, öffne dich. Falsche Schätze. Schöne Aussicht. Aber kein Schatz. Nein, aber da siehst du die Kreuze? Ja. Hä, ist das eine Höhle? Da unten? Ja, ich glaube, Avery will uns sagen, wo es als nächstes hingeht. Und zwar? Wo geht es als nächstes hin? Das gibt es dir aber ein Problem. Und zwar? Ja. Wenn wir hier lang zurückgehen, müssen wir zur Kathedrale. Und zurück zu Rafe. Na toll. Na dann, lassen wir ihn nicht warten. Das wird ein Haufen Spaß. Kann ich ja gleich direkt meine Waffe zücken. So, ich glaube, wir müssen hier nichts mehr durchsuchen. Denn hier werden wir nichts Spannendes mehr finden. Behaupte ich es mal. Äh, links. Na toll. Was ist das hier oben? Nichts? Okay. Das war knapp. Äh, Sam, du bist ein bisschen auffällig. Hm. Nein, hoch. Oh, oh. Okay, das ist doch scheiße. Nein, ich bin hier nicht. Das ist doch kein Unsinn. Ich bin wirklich der perfekte Schleißer, ne? Ah, danke. Huch, von oben. Oh. Das hat wehgetan. Das war wohl eine Schrottflinte. Ihr solltet mich wirklich mal verstecken. Ich bin ein bisschen zu forsch drauf. Quatsch. Ah, da. Hallo, mein Freund. So. Still und leise, so gut wie. Ja. Da ist aber noch jemand, oder? Ja, das sind noch ein paar. Irgendwie macht es mir mehr Spaß, die so auszuschalten, als auf sie drauf zu schießen. Aber ich glaube, ich schieße mal so lieber. Oh. Sind ja mehr, als ich es gedacht habe. Ja, Moment. Oh. Wo kommst du denn her? Geh runter. Geh runter. Ruckzuck. Granate? Das finde ich jetzt nicht nett. Okay, da sind deutlich mehr Leute, als ich dachte. Wo bin ich noch? So, weg mit dir. So. Zwei weniger. Ey, ey, ey. Hallo? Von der Seite angreifen? Das ist ja unerhört. Danke. Danke für die Munition. Ich greife lieber von oben an. Sam ist unten. Dann nehme ich die andere Seite. Wo? Nix über die Flanke. Ey, ich wollte ihn haben. Ah, da ist noch jemand. Sehr schön. Weg mit dir, du. Upsala. Shit. Ich muss hier weg. Ja. Ich mache das nicht wirklich gerade gut. Muss ich zugeben. Haben die mich schon gesehen? Ja. Denn da ist es in der Leisung. Na, komm her. Mein Freund. Komm her. So. Der zweite, den ich genauso gleich selten habe. Ich finde es gut, dass es ein bisschen schwerer ist. Oder es wird einfach nur richtig schlecht. Das kann es natürlich auch sein. Hm. Ich glaube, da sollte ich nicht durch. Lieber flankieren. Okay. Hier werde ich nicht flankieren können. Ja gut, aber da komme ich nicht hin. Ja gut, aber da komme ich nicht hin. Wo steckst du ab? Unauffällig. Hier drüben hat es einen erwischt. Quatsch. Jetzt? Es hat noch einen erwischt. Nein. Wo bist du denn? Liegt doch nicht. Das hat niemand erwischt. Hier ist nichts. Negativ. Negativ. Ich gehe hier lang. Sicher nochmal. Ah, okay. Da ist jemand. Und da ist noch jemand. Komm zu mir. Oh, ich dachte schon, dass es wäre jemand. Du hast nichts gesehen. Du auch nicht. Ja, er ist noch da. Er macht gerade nur eine Pause. Sehr gut. Komm runter. Genau. So. Oh. Schnell. Nein. Du gehörst mir. Danke, Sam. Da ist ja noch jemand. Das soll ja gar nicht aufhören. Oh. Von wo? Das sind mir zu viele. Ah, ich sehe dich. Dachte ich zumindest. Ach, komm. Nehmen wir die alten Moderschütte. Tue. Immerhin ist das dann chartet. Ja, da muss auch ein bisschen geballert werden. Guck, guck. Ah, andere Seite jetzt. Du hörst ganz schön viel aus. Musst du schon sagen. War's das? Okay. Wir sind sicher. Hätte besser laufen können. Na ja. Wir leben noch. Das muss reichen. Öffnen wir einfach das Tor. Ja, Moment gleich. Ich will erstmal noch diese Munition aufsammeln. Okay. Und ich würde mal sagen, das war's dann für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sie war halbwegs erfolgreich. Wir sind einmal, nur einmal gestorben. Naja. Und ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von Uncharted 4. A Thieves End. Ciao.